Hey Internet und YouTube, Joseph ist auch hier bei uns. Gespeichert, wir haben aufgemotzt, wir haben ein bisschen Munition. Und wenn hier kein Geheimnis liegt, dann liegt hier tatsächlich kein Geheimnis. Warte mal, ich klettere hier hoch, vielleicht kann ich dann was sehen. Da entbindet jemand. 50.000 Gegner laufen auf uns. Alles klar, aber... Ja. So ein weiter Weg, Tor. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Sag bloß, du... Ja, du hast eine Waffe, mein Freund. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich geb dir Deckung. Yay! Shit. Was? Weißt du das jetzt? Was für ein Henker war ich ja? Jetzt komm ich hier nicht mehr rein, oder was? Ach so. Okay, sorry. Okay, meine F-Tasten sind's. Das ist nicht für die... Nein, nicht! Ah, fucking... Fuck, fucking... Snipperino, gib mir die... Okay. Äh... Jetzt ist es wieder auf 2. Nee, ich klicke auf 2. Ich muss aber auf F2 auswählen. Ich klicke... Wow, Vorsicht! Hey, du könntest jemanden verletzen. Siehst du? Sag ich doch. Wolltest du mich... Wolltest du mir nicht Deckung geben? Lass mich raten. Nein? Doch nicht? Ich hätte sie verbrannt. Oh. Tun wir's lieber, oder? Ah, shit! Oh mein Gott! Du willst mir Deckung geben, richtig? Richtig? Perfekt. Ja, sehr gut, sehr gut. Machst du den auch noch? Du triffst ihn, hä? Ja, perfekt, perfekt. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Eigentlich hab ich... Ja, ich hab zwar 8 Zünder, aber... The Guides. Ich will nehmen, nicht verbre... Ja. Ah, genau. Oh, das ist knapp. Sebastian, dieser Pfarrt sollte direkt von Kirche führen. Geh weiter, ich geb die Deckung. Oh, shit. Oh, shit. Hier atmet jemand schwer. Siehst du ihn, Joseph? Oh, die kann ich nicht verbrennen. Ähm. Oh, no momento, Schrott. Ach so. Ah, shit. Schrott ist ja eher ohnehin auf 3. 1, 2, 3. Was hab ich hier? Mein Erste-Hilfe-Koffer. Oh, okay. Ja, ist klar. Wusste ich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist immer shit. Okay, das ist großer, shit. Das ist großer... Nein. 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 Wow. Aufstehen. 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 Laufen. 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 Ich kann ihn verbrennen. Jetzt. Oh, shit. Oh, fuck. Fuck. Wie zum... Das ist nicht gut. 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 Das ist alles nicht gut. Null Schuss. Wartet mal. Oh, mein. Danke fürs Aufmachen. Ah, shit. Panik. 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 Okay. Ich wollte... Ich wollte ausweichen, indem ich auch so zurück bin. was ist ja? Was? Oh, shit. Namastin. Oh Scheiben Kleister Wow Wow Ähm Sub-Bellot möchte ich jetzt fast meinen Ähm Ja ich hab aber nirgends Doch du hast Munition ja Er hat doch noch Munition Was mach ich denn in meiner Not Was mach ich denn in meiner Not 2 Was jetzt Fuck Sackgasse Der Typ Was ich mit dem Ach so er ist tot Er ist okay Alles klar das war Das war gut Von der Panik Gespielt Also trotz Panik Sehr gut gespielt Muss man sagen Echt exzellent Gemacht von mir Mhm Mhm Nee warte Dich hatte ich immer auf 2 Sonst komm ich durcheinander Das ohne Munition Hier hin Oh ho 3.500 Liest du schon wieder irgendwas Joseph Ja weißt du was Aus Prinzip Aus Prinzip Mach doch das Licht Aus Oder Ich lass in Ruhe Die Punkte hier einsammeln Nimm es Matthias von Freidorf Dankeschön Da war es mit einem Pferd In dem Haus Wohin Ich hab dazu was aufgeschrieben Also gehen wir da runter Denke schon Ich war doch noch nicht fertig mit aufheben Oh Gott Ich war doch noch nicht Wird es vielleicht noch was zum Sammeln geben Unverschämt Unverschämtheit Na immerhin Da kann ich ja die Munition nehmen Ist das nicht großartig Ich denke auch So 7.8 Pampi Pampi Ist gut Pampi Ist teuer 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 Minus 0,10 Ja Reserve Schrotflinden Munition Plus 2 Plus 2 Bolzerinos Ich hab hier nur die Feuerrate Kritisch Hier hab ich keine Punkte mehr für kritisch Richtig Ich könnte jetzt das nehmen 2000 Oder hier kritisch Ach komm her Kritisch Irgendwas günstiges jetzt noch Gibt es ja irgendwas um 500 im Angebot Gar nichts Na gut dann war es das Tschüss Tschüss Ich wollte gar nicht hier runter Ich weiß was ich da noch aufsammeln hätte können Trillionen Punkte Wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss Schrotflinden 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 Schrotflinden